... Analyse für den 1. Februar 2022. Du bist richtig auf dem Kanal Fit4Finanzen, Andreas Bernstein mein Name. Ich bin nicht zu sehen, ich bin noch ein wenig lädiert, aber informationstechnisch ist das natürlich kein Unterschied, denn ich werde dir meine Sicht auf die Dinge hier darstellen zum DAX und ein bisschen rechts und links natürlich auch auf die anderen Märkte schauen als Information. Also weder eine Anlageempfehlung ist dies noch eine Handelsempfehlung, Kaufempfehlung, sonstiges. All die Wörter kann man getrost vergessen. Es geht hier um den Informationsaustausch bitte als solchen zu verstehen und für dein Trading nutzen. Wenn du magst, wenn nicht, wegskippen. So heißt es hier, glaube ich, im Neudeutsch. Wir skippen erstmal auf den Xetra DAX. Was hat sich heute ereignet? In Kürze die Eckdaten vom aktuellen Handelstag. Wenn du das siehst am Dienstag, dann vom letzten Handelstag, vom Montag. Da hat der Xetra-Markt sogar mit ungefähr 1% plus geschlossen. 0,99% waren es am Ende. Es wären fast 1% geworden. Die Schlussauktion war sehr, sehr stark und wir sind auch sehr stark in den Markt reingekommen. Über 15.500 Punkten. Da haben wir ein bisschen den Schwung mitgenommen von der Wall Street vom Freitagabend, also mit einem Gap eröffnet. Und man sieht hier, auf Sicht von einer Woche hat das nicht viel gebracht. Da sind wir immer noch im Minus auf Sicht von einem Monat. Und damit ist der Januar ja auch abgeschlossen. Sind wir auch im Minus. Also der Schwung konnte weder des Monatsminus noch ausgleichen, noch über den Tag hinweg gehalten werden. Nach diesem Aufschwung am Morgen bis ungefähr 10 Uhr. Ja, da kam nichts mehr hinterher. Da ist der Markt dann wieder gefallen und hat auch fast das Gap hier geschlossen. Zum Gap kommen wir gleich noch einmal. Und du siehst an der rechten Kerze auch, wie stark die Schlussauktion hier war. Also insgesamt ein positiver einzelner Handelstag. Was sich da so ein bisschen herauskristallisiert hatte, war der Richtungswechsel bei den Einzelaktien. Die möchte ich mir hier anschauen mit dir gemeinsam bei der Top- und Flop-Liste. Da standen ganz oben und das ist ein seltenes Bild. Delivery Hero, über 6% die HelloFresh, 5% und knapp 5% die Zalando. Warum das denn? Die waren in den Vortagen doch eher die Gewinner, äh nicht die Gewinner, Entschuldigung, so einfach kommt man hier durcheinander. Das waren natürlich die Verlierer. Auch in der letzten Woche. In der letzten Woche gehörten sie zu den schwersten Verlierern am Aktienmarkt, am deutschen Aktienmarkt oder den DAX 40 Titeln. Ja, und manchmal ist es so, dass zum Monatsultimo, also am letzten Handelstag des Monats, dann auch Positionen eingedeckt werden. Und so kann ich mir das persönlich erklären, dass es genau diesen Hintergrund hatte, weil eben einige Shorties hier sagten, ja, da nehmen wir Gewinne mit und verabschieden uns aus den Markten. Das treibt dann natürlich die Käuferseite hoch und die Kurse von genau diesen Aktien. Auf der anderen Seite sah es so aus, letzte Woche einer der Top-Gewinne war ja Vonovia. Da sah das Bild genau andersherum aus. Da nahmen die Anleger wiederum Gewinne mit und sorgten dafür, dass Vonovia heute einer der schwächeren Werte war. Aber insgesamt dominierten die starken Werte. Wir hatten sogar eine Linde heute 2% im Plus und das ist etwas ganz Besonderes. Nicht, weil es Linde geschafft hat, 2% ins Plus zu kommen, sondern weil sie stärker waren als die SAP, die sich auch ein bisschen technisch erholte. Aber SAP ist nicht mehr das Schwergewicht im DAX, sondern nur noch das zweitstärkste Mitglied nach Marktkapitalisierung. Da gab es also einen Wechsel bzw. gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das muss man sich dann näher anschauen an den nächsten Tagen. Der Schwung wurde, wie gesagt, in der Schlussauktion ordentlich noch einmal nach oben vollzogen, weil die US-Märkte auch positiv in die Woche gestartet sind. Und diesen Schwung möchte ich hier darstellen. Redaktionsschluss bzw. jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist es 20 Uhr am Montagabend. Der Dow Jones zeigt einen Aufwärtstrend, ähnlich wie der S&P 500. Und der Nestle Composite, also hier gerade auf einem neuen Tageshoch. Vielleicht wird jetzt auch die 35.000 gebraked und kann gehalten werden, so wie die 4.500 ist im Fokus beim S&P 500. Und der Nestle hat sich wieder ordentlich über der 14.000 stabilisierten Nestle Composite übrigens, wenn man sich den Nestle 100 anschaut. Der ist nochmal auf einem anderen Kostlevel. Also hier bitte nicht durcheinander kommen. Und wir schauen auf eine Aktie, die vor allem in den USA für Furore sorgt, weil sie heute rund 10% zulegt. Am Freitag schon ein bisschen im Plus, am Donnerstag 11% im Minus und am Donnerstag, nein Mittwoch, da gab es ja auch dann Nachbörsen, die Quartalszahlen, die Redes von Tesla. Das Chartbild hatte ich zwischenzeitlich auch im Live-Trading-Room gezeigt, möchte es nochmal hier updaten, weil es so schön sauber aussieht. Denn wir sind einmal eingetaucht hier mit einem Pullback in diese Aufwärtstrendkanalzone, haben sie komplett durchschritten, aber nicht darunter geschlossen. Und nun kommt der Rebound an die obere Begrenzung dieses Trendkanals. Also hier dürfte bei der Aktie, wenn es technisch weiter sauber läuft, die Luft erstmal ausgehen. Und vielleicht pendelt sie ja auch innerhalb dieser Zone, die ja genau 10% vom Kursniveau ausmacht. Also so sah das zumindest in den letzten Tagen so aus. Rückblickend auf den DAX ist wenig passiert. Mittelfristig hat sich hier kaum was geändert. Das hier rechts, dieser kleine Ausschnitt, das ist der DAX von heute. Ja, und der bewegt sich genau in der Bandbreite der letzten Handelstage. Wenn ich das ein bisschen charttechnisch hier analysiere und mit ein paar Marken versehe, damit man das vielleicht auch auf den zweiten Blick direkt erkennt, was hier passiert ist. Auf der Oberseite haben wir weiterhin die Widerstandszone. Alles über 15.550. Scheint momentan der Deckel zu sein. Wird abverkauft. Wir haben es heute Morgen gesehen. Da kamen übrigens dann auch noch mittags Inflationsdaten aus Deutschland, Eurozone. Ja, und da steigt die Inflation immer noch mit 4,9%. Das ist ein bisschen weniger als die Dezemberdaten. Aber 4,9% ist auf Jahressicht natürlich schon ein Hammer. Und das muss der Markt erst einmal verarbeiten. Eine kleine Aufwärtssendenz sieht man tatsächlich von der 15.000 weg. Aber man sieht auch, und das ist diese Gap-Betrachtung, die ich am Wochenende durchgeführt habe, deswegen dieser Chart als Rückblick, dass so ein Gap auf der Oberseite, dieses Gap 3, direkt geschlossen wurde zur Handelseröffnung. Und auf der Unterseite zum Schlusskurs 318, aber zu 15.318, da waren wir auf einem guten Weg. Denn die Trading-Idee zum Wochenstart war ja, dass der Gap-Bereich oben angelaufen wird. Ja, und da sind wir direkt hingelaufen und haben dann von dem Niveau ausgehend, also hier war der Gap-Close vollzogen, gleich in der Eröffnung ein neues Gap hinterlassen. Das ist auch fast geschlossen worden. Das war mein Update am Mittag auf den Social-Media-Kanälen. 20 Punkte haben am Ende gefehlt zum Gap-Close, aber wenn so ein Gap über 100 Punkte ausmacht, dann noch 20 übel zu lassen, das ist schon in Ordnung. Denn wer so ein Gap handelt und an der Gap-Kante einsteigt, der hat dann, summa summarum, wenn man 100 minus die 20 rechnet, 80 Punkte, ein bisschen Trailing-Stop, vielleicht 50 oder 60 Punkte entsprechend mitnehmen können. Warum poste ich das? Ja, weil ich selber nah am Markt bin, weil ich in dieser Woche nicht auf Twitch streame, sondern auf anderen Social-Media-Kanälen immer mal ein Update in den Markt gebe. Schau dir die gerne an, werde Follower auf diesen Social-Media-Kanälen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Ja, ab und an gibt es auch einen Podcast von mir. Discord gibt es einen Server mit über 800 Tradern und Traderinnen. Kommen gerne hinzu, auch am morgigen Tag. Was steht da übrigens an am nächsten Tag? Ich habe das mal ausgesucht und vorbereitet. Ach, du hast schon die Einzelhandelsumsätze. Die sollen leicht nachgeben aus Deutschland. 9.55 Uhr, die Arbeitslosenquote aus Deutschland mit der Veränderung, denn ein Einkaufsmanager verarbeitendes Gewerbe werden wir haben. Der ist unverändert, in der Erwartungshaltung zumindest. Und dann kommt auch noch die Arbeitslosenquote aus der EU. 11 Uhr, 15.45 Uhr, der Market PMI-Herstellung, ISM, Produktionsindex, unverarbeitendes Gewerbe um 16 Uhr, sowie die Auftragseingänge im Verarbeitungsgewerbe und der Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe aus den USA. Das sind die Rahmenbedingungen, die aus volkswirtschaftlicher Sicht anstehen. Und natürlich stehen auch weitere Quartalszahlen an. Die möchte ich ja auch mit auflisten. Da wird es spannend mit UPS. Wie sind die Lieferdienste so durch das vierte Quartal gekommen? Wir haben auch eine ExxonMobil. Nachdem wir eine Chevron schon hatten, könnte es spannend werden. Und Europa natürlich der Bankensektor mit einer UPS. Wir haben eine Franklin Templeton. Also da kommt durchaus noch einiges am Morgen auf und zu. Ich freue mich drauf. Würde mich auch insbesondere freuen, wenn du unter dem Video einen Daumen hinterlässt, einen Kommentar oder auch das Video weiter erteilst. Vielen Dank. Auf bald. Viel Erfolg. Bleib gesund. Dein Andreas Bernstein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020